So, es ist Sonntagmorgen, halb zwölf, ich bin auf dem Weg in mein Wahllokal, die Grundschule Lindenbornstraße im Wahlbezirk Ehrenfeld 1, und ich gehe jetzt wählen. Zwei Sachen muss man zur Wahl mitnehmen, seinen Personalausweis und die Wahlbenachrichtigung. Ja, habe ich zweites dabei. So, und hier können wir uns einmal angucken, wie der Stimmzettel für die Kommunalwahl aussieht. 16 Parteien stehen zur Wahl. Wir gehen jetzt mal wählen, wa? So, Bürgerpflicht erledigt, Kreuze gemacht. Jetzt warten wir mal, was rauskommt. Du bist dahin, frühstücken wir erstmal, und ich habe ja noch was zu basteln, ne? Ja, ich hab das mal. Ja, ich habe das mal. Ich hab da, was das mal hier. Das ist mir jetzt für heute zuadores quartersthundert. Vielen Dank.